so da sind wir wieder nächstes mal haben wir hier gesaved was schon mal schön ist und ein da ist unsere Pferdeflöte so wir richten natürlich unsere Sachen wieder richtig ein flammmantel flamm bis leistender Funke 51 ist doch schon mal ein bisschen mehr was man nehmen kann so ab durch den Wald wieder fokus hallo das war die falsche Magie was passiert denn jetzt ok das geht auch ziemlich geil ok die 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 Echt cool. Ein Eichenbogen. Runenpfeile. Eine Diebestunike. Hmm, Bölsch. Oh. Mein Gott. Gut, dass ich hier abgebogen bin. So. Nur, wie komme ich wieder auf den Weg zurück? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja, das ist der. Schön, schön. Schön, schön. Oh. 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 Gesellenbuch Entropie. Wie schön. Ich glaube, ich glaube, als jetzt gehe ich mal ohne Pferdchen weiter. Ist ja nicht mehr weit. Wir dürfen halt nur nicht mein Pferdchen kühlen. Oh. 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 Hey! So. Runenschwert. Runenschwert. Er war doch der eine Typ noch. Ja. Nein, das war nicht der. Hier war er doch. Ah, da ist er. Boom. Die Killcams sind schon geil. Kann man nur sagen. Die Triche. Frostgift. Mondstein. Nein. Ein Runenbogen. Alte Runenpfeile. Alles klar. Die Killcams sind schonや. Ich hoffe, der ist schon bei der Faust Schmerzen. Ich hoffe, dass wir den Raust Schmerzen sind. Ich hoffe, dass wir den Raust Schmerzen sind. Und dann können wir den Raust Schmerzen machen. Das ist ja wohl auch schön. Mal gucken, was es noch so gibt. Wo sind wir jetzt überhaupt? Haben wir noch ein bisschen zu laufen, muss ich sagen. Aufgestiegen. Marner oder Lebensenergie? Marner natürlich. Was haben wir hier vielleicht tot gelassen? Gold. Die Kampfmusik ist auf jeden Fall, die kann was. Oh, guck mal, da haben wir noch ein Haus. Aber erstmal. Speichern. Wow, das Haus kann überhaupt nichts. Aber da ist noch ein Haus. Und da ist auch noch ein Haus. Also ich würde sagen... Okay. Oh, shit. Oh, ja. Habe ich noch irgendwas. Hey. Wow. Das ist knapp. Nicht cool. Nicht cool. Speichern. Hey. Hey. Ist auch leer gewesen. Wie fresh. Ah ja, ich hab ja hier Handwerkspunkte und so weiter. Gut, gut, gut. Objekte. Ich hab doch gerade eben noch Gesellenbuch der Entropie. Genau. Na, egal. Entropie auf 60 erhöht. Käserad. Leerlings durch der Verzauberung. Handwerkspunkte kann ich nicht nehmen. Ach, dem feinen Mantel bin ich nicht losgeworden. Wow! Hey! Ja, komm, der letzte muss sitzen. Ja! Geht doch! Puh! Meine Liebe! Also... Wie schön du auch aussiehst, Hannelore, ne? Aber helfen tust mir nicht wirklich. Das ist leider so. Turgann-Bisperzunge, Band 1. Gibt es leidend. Feinstahlpfeil? Wo war der denn? Der sollte vielleicht nicht reinspringen, denn da komme ich dann nicht mehr raus. Das ist... Uh... Uh... Ne... Und bein ist auch nicht so wirklich das Beste, ne? Aber... Was ist denn jetzt mit dem Haus? Der kann ich ja gar nicht rein. Schade. Ja, egal. Dann gehe ich mal... nach da oben weiter. Aber vorher... Ölülülül. Ne, 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 ne. Da war das. Nein, das war es auch nicht. Nein, das war es auch nicht. Schicklichkeit beeintet. Wow. Meditation. Zack. Give me meditation points. Doppeltes Wirken. Auf jeden Fall. Und wieder zurück. Na, hopp, hopp. Ähm... Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.